Hallo, guten Tag. Guten Tag, wie geht's? Freut mich. Ah, da steht jemand parkend. Ja, fahr doch schneller, zu flüchst. Was macht der da? Stehen, hier stehen sie immer, wie bescheuert. Anzeige draus. Weil dann hier DM oder Essen holen oder Apotheke oder so. Und hier sind sie einfach, wie du siehst, keine Parkplätze. Ah, ich weiß noch, hier bin ich damals mit dem Auto lang geschoben worden. Geschoben? Oder hab mich selber hochgeschoben. Freund. Als da dieser Schnee war in München. Hier? Oh Gott, du armer. Ja, hier. Zweiberpolizei. Nein. Hilfe, Hilfe. Nein, die Baustelle ist noch da. Ach, scheiße. Ah, fuck. Ja, da kommt wieder das Problem, dass Kalimoto keine Baustellen drin hat. Oha, das ist auch ein stabiles Ding. Uh, ein Triki. When life gets you down, remember it's only one down. The rest is under. Yes, 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 sir, yes, sir. Geben wir noch eine kleine Sending-Tour dazu. Hier jetzt, wenn man, da wo wir langfahren, bist man dann auch direkt auf dem Weg zum Badlater-Tiel oder auch zu alten Utting, wenn man sich dahin begeben möchte. Also alte Utting ist schon sehr geil, so um einfach Risskindlmarkt mitzunehmen. Boah, aber ich finde es im Sommer noch viel entspannter da. Weil da hast du dann wirklich schön große, ja, Möglichkeiten dich hinzusetzen. So schön auf Stufen und sonst was. Genau. Mit einem Kasten oder ein paar Bier oder so. Ja. Schön in der Sonne meistens. Also untertags immer in der Sonne. Das ist immer geil. Genau. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die Firmel. Hier gibt's in der Nähe auch einen schönen Augustiner. So einen recht gemütlichen. Ja, das ist ja. Da gibt's richtig geile Weisswürste. Geil. Ja. Direkt Weisswürstabend ist geil. Und natürlich auch schönes Bier. Man weiß, was ich richtig kreise. Ich finde Leute, die zum Abendessen Weißwürste sich holen. Das heißt ja Weißwurst Frühstück und nicht Weißwürste Abendessen. Eben, aber ich habe letztens einen gesehen, der hat sich wirklich da so ein Weißwürste Abendessen gegönnt. Es gab mal so eine Zeit, ich weiß nicht, ich glaube das war so während Corona, während den Lockdowns, da haben, keine Ahnung, irgendwelche Leute aus dem Süden halt, äh, was für Süden, aus dem Norden, die verrücktesten Rezepte mit Weißwürsten gemacht, keine Ahnung. Irgendwo Weißwürste, Börger oder sonst ein Schmach. Da saßt du nur so davor und hast die Kotze mit dir da reinstecken müssen, gefällt, wenn du das gehört hast. Ja, ohne Scheiß, ich habe mir auch so gedacht, Junge. Bruder, da ist Arschsatte. Also, ja, ist so. Ui, yeah, baby. Die Polizei stand da auch direkt. Hehehehe. Hehehehe. Schön, dass wir 30 waren. Hehehe, sie haben ihr Auto angemacht. Hehehehe. Hehehehe. Okay, alles gut, alles gut. Gut, der Valtrezit hat nur seinen Parenzpedal, komisch. Oh, glaubst du, sein Auto, wenn wir gekauft werden? Schau mal hinter dich. Haha. Wieso? Oh. Einfach zwei Dinger dran. Von ihm juckt das einfach nicht, Digga, ich würde ausrasten. Was ist denn heute los? Jetzt ist Feuerwehr hinter uns. Hä? Also wir hatten bisher drei Polizeiwägen, äh, zwei Krankenwägen und einen Feuerwehrwagen. Das ist echt heftig. Sollte irgendwas los? Gut mit Alex, du bist ein guter Zähler. Haben wir was verpasst? Das ist die nächste Polizei. Alter, was? Das ist die nächste Polizei. Hä? Ist das heute irgendeine Demo oder so? Kann gut sein. Garantiert entweder gegen, äh, gegen Palästina, äh, also für Palästina, gegen Israel, für Palästina, gegen Israel, für, ja, Palästina, ach was. Ich hab grad den Faden verloren. An den Donnerstag. Genau so rum. Wollen wir schauen, dass wir ganz rechts hin kommen? Vielleicht gegen die EU, für die EU, gegen die AfD, für die AfD, was weiß ich. So, mit Europawahl jetzt am Wochenende, dass wir da Demos sind irgendwie. Boah, ich bin so gespannt, was da rauskommt. Es wird so krank. Meinst du? Ich hab keine Ahnung. Also, es wird so einen heftigen Rechtsruck geben. Ich will in dieses DAS reinsteigen. Lass durchfahren. Ein paar Downerts machen. Ja, oh, wär das geil. Oh, geiler Wagen. Ist das Käfer? Der ist der schön, ja. Eine Ente. Äh, ein Käfer. Quark, Quark, Quark. Ach doch, Käfer. Oh, brrr. Oder wie auch immer Käfer machen. Wenn du willst, ist der schon wieder so Stau. Hallo. Hallo. Du 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 du. Alex ist ein kleiner Schwarz, die nach hinten. Du du du. Hallo Alex. Hallo? Es ist schon sehr heiß gerade. Wir fahren schon wieder an den nächsten Stau rein. Wir müssen uns in Zukunft nicht mehr durch die Stadt. Egal was ist einfach raus aus der Stadt. So schnell wie möglich und dann... Ich dachte, vielleicht passiert hier drinnen was. Oh, da ist aber schon wieder Polizei. Polizeitracker, check. Fünf oder sechs jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht, das wirst du im Schnitt dann sehen. Muss ich wieder zählen lernen. Bing, 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 bing. Aber weißt du, was das Problem ist? Dadurch, dass die Polizei da ist, wir können nicht wirklich durchfahren. Über den Rand skippen. Das war mal wieder richtig gut durchdacht von uns. Das war richtig gut durchdacht. Das war mal wieder richtig, richtig gut hier. Oh, da oben gibt es Sessel. Mit Aperol. Brechen wir ab und kaufen Aperol. Ja, so machen wir es. Wir nehmen uns ein Schlückchen und dann gehen wir weiter. Bis der Stau vorbei ist und ich glaube, der Stau wird niemals aufhören. Boah, zwei Uhr vor. Es ist 14.50 Uhr und hier ist es so voll. Wir könnten uns auch als Fahrradfahrer identifizieren. Soll ich dich mal fragen, wer ist unser Fahrrad identifizieren? Kannst du dich schon fragen? Kriegt man eine Strafe fürs Fragen? Ne, Fragen kostet nichts. Oder ob wir schieben dürfen? Ne, das dürfen wir safe. Entschuldigung, wir lieben unser Bike. Dürfen wir schieben? Ja, du, schieben dürfen wir safe. Ja. Ich will dich schieben. Das ist zu heiß. Ich schau grad, ist halt schon ein langer Weg davor. Ja. Wir haben eindeutig die klügste Route immer wieder gewählt für den ganzen Pumps hier. Ich sterbe hier. Wir sind die Kantineband. Wenn euch das Lied gefallen hat, dann ruft einfach. Spielt dasselbe Lied nochmal? Okay. Okay. Der braucht schon ein Handy mit Musikverbindung. Wir machen einfach unsere eigene Musik. Ja, richtig. Alles ist nämlich schlecht für die Videoaufnahme von Alex. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen weniger los, weil wir so früh unterwegs sind. dass man ja einfach durchkommt. War wohl falsch gedacht, ne? Gut gemacht, Alex. Gut gemacht. Danke, danke, danke. Was? Scheiße. Das ist doch Vorteil. Dieses Mal. Es steht nicht für Ich würde, sondern sie ist würdig. Ah. Okay, verstehe, verstehe. Ja. Sie ist würdig. Ich weiß gar nicht, warum wir hier weiter aufnehmen. Ich nehme es wahrscheinlich eh nicht mit rein, weil es nur stehen ist. Wir können auch kurz ausmachen, bis wir aus dem Stau raus sind.